Tschüss Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Diesmal spielen wir Jawwiz. Das heißt, fremde Leute sind in einem Chat und müssen erraten, was ich in 60 Sekunden zeichne oder ich muss erraten, was sie zeichnen und krieg dafür Punkte. Legen wir gleich los! Planer! Okay, alles voller Gäste. Ich muss erstmal warten, bis ich gleich hier rein darf. Okay, er malt schon mal. Was könnte das sein? Das sieht einfach aus wie ein... Ist das ein Brief? Nein. Aber ich kann momentan eh nicht mitraten, weil ich zu spät rein gerutscht bin. No idea what this is going to be. Ja, das sind die Zeichenkünste, mit denen man sich hier konfrontiert sieht. Okay, jetzt muss ich raten. Oben seht ihr praktisch, wie viele Buchstaben sind. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. Okay. Was könnte das sein? Tod, death, death, smile emoji Nein, zombie ist zombie Ja! Yeah! Geil! 20 Punkte habe ich bekommen. Seht ihr das? Okay, aber das war leicht. Das war auch noch gute Kunst gewesen. Die meisten Leute zeichnen weit hässlicher. Ich frage mich eher, was miteinander los ist. Wie kann man das noch nicht erraten irgendwie? Da oben steht sogar schon ein Z und ein B. Guess. Mal gucken. Ja, auf mal anfangen, oder? Okay, was ist das? Ein Penis. Ein Baseballschläger. Ein Arm. Ein Arm. Ein Baseballschläger. Base... Oh. Yeah! Yeah! Nice! Okay, ich bin dran. Punch. Ich muss einen Punch malen. Also ein Schlag-Punch? Oh Gott, jetzt... Okay, das ist meine Faust, meine Schwinde. Erkennt man das? Und hier ist jemand, der getroffen wird. Hallo! Okay. Okay. Oh, jemand hat es schon erraten! Juhu! Okay. Äh, das sieht man aber gut, oder? Ich finde, das ist gut geworden. Äh, ich bin ein böser Mensch. Zwei haben es schon erraten! Ja, und ich habe noch zwölf Sekunden sogar Zeit. Schön. Okay. Was soll ich dazu noch sagen? Ist ein perfektes Kunstsag, würde ich mal sagen, oder? Oh, the fuck, war das ugly gewesen, aber... Egal, muss ich mitnehmen. Mal gucken. Okay, die nächsten sind dran. Ratet gerne mit unten in den Kommentaren. Ich würde mal interessieren, wie viel ihr richtig gehabt hättet. Und ob ihr schneller wart als ich. Ivy macht hier gerade Party mit ihrem Ball. Ivy! Okay, er fängt einfach gar nicht an zu zeichnen. Die Zeit läuft schon runter, die ganze Zeit. Okay. Du hast das Spiel anscheinend gut verstanden, Bengel. Okay, er fängt jetzt an zu malen, wo noch so 28 Sekunden übrig sind. Was ist das? Oben sind schon Buchstaben vorgeschlagen. Was könnte das sein? Hä? Soll das eine Frau sein? Tanzen? Nein. Hä? Habt ihr eine Ahnung? Oh mein Gott, das sieht aus wie ein Zombie einfach. Also wie so ein Resident Evil Zombie. Ein Känguru, was? Oh, war das ein Känguru, Mann. Boah, je. Oh, loih. Das sind die Leute, die einfach zu faul sind. Da frage ich mich immer, warum sind die in der Gruppe? Okay, sieht aus wie eine... Nein, Drum steht mal... Schreibt mal mit 1 M. Verdammt. Cake! Oh, nur noch 10 Punkte. Drum einfach mit 2 M gestrieben. Das war peinlich. Das schneide ich raus, okay? Ich hör wieder mal. Lass mich mal wieder malen. Malen macht viel mehr Spaß als zu raten. Okay, ein Strich. Ein... L... Ein... Äh... Was? Enkel? Oh, wow! Tatsächlich! Loli, lol, lol. Wisst ihr vom Fuß? Enkel? Also, wie heißt das? Gelenk? Das ist so leicht. Warum bin ich immer noch nicht dran? Aber guck mal, ich bin erster Platz mit 140 Punkten. Oh, oh! Okay. Auch mal anfangen zu malen? Oder... Ähm... Ähm... Brrrr... Arrow. Ist zu lang. Ähm... Hä? Hä? Push? Oh, lol. Einfach gespoilert. Ich hasse das, wenn die das machen. Wenn die das einfach draufschreiben. Okay, nächste Runde. Neue Runde, neues Glück! Ähm... Kopf? Traurig? Sad? Angry? Angry? No. Was is he doing? Was is he doing? Captain! Ja! Nein! Scheiße! Hä? Was denn? Ach, Pirate einfach! Ah, dumm! Ich geh denk wieder zu spezifisch, ich war ja ein, weißt du, Captain Hook und... Ehehehe! Wie soll ich Hop malen? W... Was ist Hop? Was ist Hop? What the fuck? Jemand, der springt? Ist das Hop? Okay, das ist hier jemand, der... Okay, das wird nie jemand rauskriegen, aber ich weiß auch selber nicht, ob Hop irgendwas anderes ist. Verdammt! Verdammt! Ich hab' keine Ahnung, wahrscheinlich bedeutet Hop was komplett anderes. Ich guck mal, Hop bedeutet hüpfen. Doch, ist doch richtig! Tada! Hä? War doch gut gewesen! Ich weiß gar nicht, was die Leute haben. Okay, ich glaube... Oh shit, der hat mich eingeholt, der eine. Ich will wieder vor den Cake Cat. Oder ist die gerade erst gejoint? Oh, löscht dich doch. Das ist gemein. Okay, ich bin hier anscheinend wirklich in einer Gruppe mit nur voll Idioten. Von daher geh' ich einfach. Okay, das war ein weirdes Spiel. Trotzdem war ich nachher wenigstens noch zweiter Platz gewesen. Nicht erster, aber... Immerhin, Freunde. Wie hat's euch gefallen? Habt ihr besser geraten als ich? Hättet ihr besser gezeichnet als ich? Hättet ihr gewusst, was Hop ist? Ey, aber mein... Was war das gewesen eigentlich? War das ein Punch? Der war gut gewesen, oder? Leute, wir sehen uns im nächsten Video. Haut rein, macht's gut! Bye!